Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Kiesin. Ich freue mich heute sehr, Ihnen Bani vorstellen zu können. Einen wunderschönen, gerade eineinhalb Jahre alten Schäferhund. Und er ist nicht nur ganz schön, sondern er ist auch vom Wesen her ein ganz toller Hund. Bani kam vor einigen Wochen zu uns ins Tierheim und wird regelmäßig von einer Hundebegleiterin betreut, die ihm schon einiges beigebracht hat. Er hat einen sehr, sehr guten Grundgehorsam, geht schon sehr locker an der Leine und kann auch ganz toll und ruhig am Fahrrad laufen. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um einen so jungen, kräftigen Rüden ausdauermäßig auszulasten. Er apportiert auch unheimlich gerne und ist dabei gar nicht respektlos. Insgesamt gesehen ein für uns sehr unkomplizierter Hund. Als ich eben hier hinkam, habe ich erstmalig ihn mit anderen Hunden überprüft. Mit meinem Rüden macht er keine Probleme und auch mit der Schäferhundin Lina lief er völlig ohne Probleme im Auslauf. Er hat aber das Problem, was viele Schäferhunde bei uns im Tierheim haben. Dieser Stress, diese Lautstärke, da können sie gar nicht gut mit umgehen. Deshalb hat er hofft Durchfall und nimmt im Moment auch leider ab. Ich wünsche mir sehr, dass dieser für uns augenscheinlich sehr unkomplizierte, große, wunderschone Hund, Sie merken, ich liebe Schäferhunde und das ist ein Prachtexemplar, dass er wirklich nicht lange hier bleiben muss und bald vermittelt wird. Wenn ich Ihr Interesse hoffentlich sehr wecken konnte, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie doch einfach zu den Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr herein. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.